Die Grillpool Challenge 2018 zieht durchs Land und auch die Firma Faschang Werkzeugbau in Weng wurde nominiert. Wir möchten Sie einmal recht herzlich bedanken bei der Firma Haagassner, dass Sie uns nominiert haben. Freut uns voll, aber das Bier trinken wir trotzdem selber und Jasen und der Mann selber, das zahlt Weng sicher nicht. Grillpool Challenge, wir sind dabei! Grillpool Challenge, fachs, sag's alle Leid ein! Neben viel Spaß hat die Challenge auch eine karikative Seite. Natürlich sollte das ganze Jahr für einen guten Zweck sein. Wir werden 1000 Euro an den Lebenshinfall dran spenden, das machen wir. Damit der Spaß weiter geht, werden wieder drei Firmen nominiert. Wir haben einmal gedacht auf die Firma Frauscher Thermal Motors in Sandmarierenkirchen. Sepp, viel Spaß! Das nächste war die Firma Lugmeier Führer. Und natürlich müssen wir wieder im Tor flossen, da hätte man auf die Firma Reitinger gedacht. Karl und Klausi, viel Spaß! Danke, wenn wer nichts tut, auch kein Problem, 50 Liter Bier und ein Jasen mit mir auch. Wie der Name schon sagt, wird nicht nur gebadet, sondern es gibt auch gegrilltes. Und so geht die Grill und Pull Party bei der Firma Faschank noch bis in die frühen Morgenstunden weiter. Das ist eine neue Krise- und Panzerraum! Am Ende mit Bayern